Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Spitzenreiter im Gemüse-Reyond sind nicht, wie man vielleicht meinen könnte, exotische Züchtlinge aus aller Welt, sondern nach wie vor alte Bekannte aus einheimischem Anbau. Weit über ein Drittel macht der Anteil der Herdöpfel zu dieser Jahreszeit normalerweise in unseren Läden aus und der Trend zeigt leicht nach oben. Die vielseitige Knolle hat aber auch einiges zu bieten. Für unsere Ernährungsberaterin zählt sie zu den wertvollsten Nahrungsmitteln, weil sie wichtige Stoffe in idealer Zusammensetzung enthalten. Kohlenhydrate, die den Körper in Form von Stärke mit Energie versorgt, Nahrungsfasern, die die Verdauung in Schwung halten, Vitamin C, die einen guten Teil des Tagesbedarfs abdeckt und Eiweiss, die besonders gut vom Organismus verwertet wird. Herdöpfel helfen ausserdem beim Schlankwerden und Schlankbleiben. Sie bestehen nämlich zu rund drei Viertel aus Wasser und 100 Gramm Geschwälte zum Beispiel, liefern bescheidene 80 Kalorien. Noch immer beliebt bei uns sind die Herdöpfel, die möglichst vielseitig verwendbar sind. Unsere Schweizer Bauern beliefern uns aber immer wieder mit neuen Sorten, die den verschiedensten Ansprüchen gerecht werden. Je nach Vorliebe und Verwendungszweck, haben sie bei uns darum das ganze Jahr durch die Wahl zwischen den verschiedenen Sorten. Jetzt gerade sind das die Charlotte, die Urgenta, Nicola und natürlich die unverwüstlichen Pintier. Auch Gobe Naturaplan, Herr Döpfel, aus biologischem Anbau können wir Ihnen anbieten. Wegen vieler Regen im vergangenen Sommer, aber leider immer noch ein bisschen weniger, als wir gerne hätten. Die festkochende Frühsorte Charlotte sollte es allerdings überall haben. Auf jeden Fall hat sie Armin Amrain ausgewählt für sein Rezept. Mehr als an Kalorien hat er dabei allerdings an Genuss gedacht. Richtig, und zwar gibt es einen wehrschaften Gratin mit einem köstlichen Guss aus Rahm- und Alpenfrischkäse. Anken aufschäumen, Zwiebelenscheiben und Lauchstöcke drin adünsten, leicht würzen und in einer feuerfesten Form verteilen, die ich vorher mit Anken und Knoblauch bestrichen habe. Jetzt plaschierten Blattspinat und Rüeblenscheiben gleichmässig drauf verteilen. Mit einer Lackereierze bestreuen und alles schoppenartig mit der Herdöpfelscheibe belegen. Buio, Rahm, Alpenfrischkäse, Salz, Pfeffer und Musket zum Erguss verrieren. Darüber gießen und alles nochmal mit Greyerzer bestreuen. Bei 180 Grad im vorgeheizten Offen überkommt der Gratin während ca. 80 Minuten eine gesunde Farbe. Auch diese Woche können Sie das Rezept nachlesen in der Coop-Zeitung auf der Seite mit den Aktionen. Viel Vergnügen! Süsser als das Rezept kommt das Markenfenster daher, mit Spots von Arni und Knoppers. Und? Ist fein und richtig cremig? Total schoppig! Edelige Kackusorte, gute Schweizer Milch und knackige Nüsse braucht es für die Herstellung einer feinen Schocci. Dazu viel Fachwissen vom Confiseur und ein Schuss Perfektion bei der Produktion. Eigentlich ein ganz einfaches Rezept, wenn es könnte. Kennen Sie diese Schocci? Das ist sicher eine der bekannten Schweizer Marken. Richtig! Arni von Coop. Am Morgen um halb 10 Uhr in der Schweiz. Einfach einmal tief durchatmen. Ruhig einmal etwas auf die Seite legen. Einmal abschalten. Knoppers. Frisch und knusprig backen. Knoppers. Der Knuspritz-Muni. Sie als GoT-Mitglied haben ja seit ein paar Wochen GoT-Profit Plus. Profitierkarten für Vergünstigungen und Sonderangebote, die exklusiv für Karteninhaber gültig sind. Sie profitieren sofort im Laden, ohne dass Sie noch lange Punkte sammeln müssen. Am nächsten Freitag und am Samstag zum Beispiel offerieren wir Ihnen einen Butterzopf zum halben Preis. Ein Angebot, das man wirklich nicht verpassen darf. Und falls Sie selber noch keine GoT-Profit Plus Karten haben, können Sie direkt im Laden an der Kasse eine verlangen. Wer sie nämlich noch nicht hat, der braucht eine. GoT-Profit Plus. Vorzeigen. Sofort profitieren. Profitieren können Sie aber nach wie vor auch, wenn Sie unsere übrigen Aktionen im Auge behalten. Galuna im Vierer-Set kostet 6,80. Die Diswisse, Rot oder Gel, im Duopack, kommen Sie über für 3,80. Und Milano-Waffeln gibt es als 3 für 2 für 5 Franken. Ausserdem offerieren wir Ihnen die Energiesparlampen Bonalux 4 Franken günstiger. Hübsche Galuna haben wir gerade bei den Aktionen gesehen. Mit weiteren Vorboten auf die kältere Jahreszeit möchte ich mich für heute von Ihnen verabschieden. Mit Erika Grazilis, wie Sie sie jetzt in unserer Blumenabteilung zum gewohnt günstigen Preis kaufen können. Weiterhin einen schönen Abend und auf Wiedersehen.